Und deshalb erteile ich dem Osterhasen die neue Eierverordnung 55b bezüglich des Versteckens von... Verzeihung, Herr Treutner, aber Sie schulden mir noch 70 Euro Cent von neulich am Snackautomaten. Wie bitte? Aber das... wo? Wann soll das... Jetzt tun Sie doch nicht so, Herr Treutner. Sie wissen ganz genau, wovon ich rede. Wir beide standen am Snackautomaten neben der Herrentoilette im dritten Obergeschoss. Ja, und da meinten Sie zu mir, ich hab grad Bock auf ne Milchschnitte, aber mir fehlen noch 70 Euro Cent, ob ich Ihnen was auslegen könnte. Milchschnitte? Ich esse gar keine Milchschnitte. Ja, ja, das passt zu all den Lügen Ihrer Partei, Herr Treutner. Sie haben eine Milchschnitte gegessen und ein Korni. Und wer hat dafür bezahlt? Wir. Also das ist doch eine glatte Frechheit. Von mir hat sich der Lump auch neulich einen Euro 35 geliehen für einen abgepackten Apfelkuchen. Ich werde Ihnen alles zurückgeben. Ja, und was ist mit Ihrem komischen Seemannsbart? Geben Sie den auch an die Klabautermänner zurück, von denen Sie ihn gestohlen haben? Ich verwarme Sie, Herr Abgeordneter. Der hat den Bart nicht gestohlen. Er ist einer von uns. Kronprinz Balthasar? Wir werden Sie diese Schlacht nicht alleine kämpfen lassen. Kriege ich jetzt meine 70 Euro Cent zurück, oder was? Seemannsgarn und Gartendill. Deine Stimme sei jetzt still. Danke, Balthasar. Lang leben die ehrenvollen Klabautermänner der Nord-Südregion in Ostdeutschlands. Hat hier jemand mal 30 bis 90 Euro Cent für ne Milchschnitte? Ich hab mir die Willi bestellt. Die neue Willi. Spielspaß und Schwung. Sneakers für Linkshander.